in den ganzen letzten 35 Jahren eigentlich so ziemlich alles ausprobiert, was man eigentlich ausprobieren kann. Ganz, ganz wichtige Grundsatzsache ist. Herzlich willkommen zu unserer nächsten Immolution-Podcast-Folge. Heute mit dem Thema, warum die meisten Immobilienmakler Einzelkämpfer sind und Probleme haben, Mitarbeiter einzustellen. Und Leon und ich, wir werden heute mal so ein bisschen das Thema beleuchten. Wir haben wieder so viel Erfahrung gesammelt in den letzten Monaten in Gesprächen mit Immobilienmaklern. Und das ist wirklich ein so tief sitzendes Thema bei Einzelkämpfern, dass wir darüber natürlich mal hier in unserer Podcast-Folge heute ein bisschen sprechen müssen. Also erstmal danke, dass ich nach einigen Wochen der Pause auch mal wieder hier sitzen darf. Ja, ja, genau. Nein, ich freue mich. Ja, Thema Mitarbeiter ist ein heißes Thema, gerade für Selbstständige, die eben auf dem Sprung dazu sind, auch gewisse Bereiche abzugeben. Und da stoßen doch viele immer wieder an ihre eigenen Grenzen. Aber mich würde jetzt mal deine Sicht der Dinge interessieren. Lass uns mal so ein bisschen auf die Ängste eingehen, weil ich höre selber oft in Calls, dass die Leute vor der eigenen Angst, was passiert in Zukunft, diesen Schritt nicht gehen wollen. Was ist deine Erfahrung damit? Also erstmal muss ich mal vielleicht ausholen, auch bei mir selber. Also ich habe ja in recht jungen Jahren, da war ich sogar noch jünger als du heute, 150 Mitarbeiter aufgebaut. Auch ordentlich auf die Fresse gekriegt, muss ich dazu sagen. Und dann habe ich in den ganzen letzten 35 Jahren eigentlich so ziemlich alles ausprobiert, was man eigentlich ausprobieren kann. Also ich habe Mitarbeiter gehabt, das war ein Freiberufler. Ich habe dann Mitarbeiter eingestellt als Angestellte, das habe ich ausprobiert. Dann war ich irgendwann so genervt und abgefuckt im wahrsten Sinne des Wortes, dass ich dann alles alleine wieder gemacht habe. Und dann habe ich die Phase hinter mir mal ein ganzes Jahr lang auch schön gechillt zu haben. Dann habe ich die Phase gehabt, vier Tage lang nur zu arbeiten, drei Tage lang nichts zu machen. Die hast du auch selber erlebt. Also ich habe tatsächlich wirklich alle Phasen erlebt und ich kann von mir behaupten, dass mein Weg auch kein gerader Weg nach oben war. Und da bin ich auch heute, ganz ehrlich gesagt, sogar stolz drauf. Also nicht stolz auf jeden einzelnen Fehler. Ich hätte mit Sicherheit auch einige vermeiden können. Eine Sache, die mir echt wichtig ist, ich kann wirklich jeden da draußen nachvollziehen. Ich kann den, der, viele haben ja noch nicht mal 150 Mitarbeiter, habe ich gehabt. Ich weiß, wie es ist. Ich weiß, wie es ist, mit 50 Mitarbeitern zu arbeiten. Ich weiß, wie es ist, mit Freelancern zu arbeiten. Ich weiß, wie es ist, wenn du eine ganze Scheiße alleine machen musst. Und das ist mir wichtig. Also das will ich auch nochmal hier echt herausheben, dass ich eben nicht einer von denjenigen bin, der sagt, ja alles Blödsinn, es gibt nur den einen Weg. Natürlich gibt es viele Wege, ja. Aber ich kann halt sehr gut beurteilen, welcher Weg, welche Vorteile und Nachteile hat. Und welcher am besten funktioniert auch. Ja, und vor allen Dingen auch, Leon, was am Ende des Tages dich auch selber zerlegt, ja. Und wo du selber an deine Grenzen stößt und warum und weshalb du denn überhaupt in der ein oder in der anderen Phase überhaupt landest. Ja. Also das echte Problem dahinter, ne. So, das ist das, was viele auch nicht sehen wollen, weil, du weißt, ich sage das sehr häufig, weil das ja so fast schon gebetsmühlenartig immer wieder durchkommt. Aber das ist so diese, so eine Fixierung auf eine Lösung. Ja, ich will irgendwie was lösen oder ich habe Angst auch vor Veränderung. Das ist ein riesengroßes Thema. Ja. Aber das ist ja auch genau der Punkt, warum die meisten Leute auch zu uns kommen oder zumindest auch ein Teil davon, dass die Leute eben von deiner Erfahrung auch profitieren, ne. Um dieselben Fehler nicht nochmal zu machen, um die Ziele einfach schneller zu erreichen, ne. Weil hättest du von Anfang an den Weg gegangen, den du jetzt gerade gehst, dann wäre es ja von der Entwicklung her an einigen Teilen wahrscheinlich schneller gewesen und besser, ne. Absolut. Okay, lass uns doch mal ein bisschen darüber sprechen, was sind denn so die Eckpfeiler, die Basispunkte, was man zum Thema Mitarbeiter wissen muss. Ohne jetzt zu tief ins Detail zu gehen, dass man einfach mal so einen Einstieg macht. Okay, also ganz, ganz wichtige Grundsatzsache ist, gute Mitarbeiter bringen Geld, ja, also bringen wirklich Geld, machen Erfolg, machen dich erfolgreicher und schlechte Mitarbeiter kosten Geld. Ja. Das ist schon mal diese Kostenfalle, ne. Also das heißt, Leute denken, Mitarbeiter kosten Geld. Ja, natürlich kosten sie Geld, aber der eben nicht so gute Mitarbeiter, der kostet halt wirklich Geld. Okay, aber wie finde ich denn jetzt raus als Selbstständiger, wer ist ein guter Mitarbeiter und wer ist ein schlechter Mitarbeiter? Lass mich noch einen Punkt davor geben, die Frage ist berechtigt und natürlich super, aber lass uns doch nochmal einen Punkt, warum Leute Angst davor haben, überhaupt Mitarbeiter einzustellen. Die ist wichtig, ja, also natürlich die andere ist genauso wichtig, aber der Punkt ist, Leute denken, überschätzen ihre Möglichkeiten total, ihre Kraft, Energie und auch das Können, ja, weil du kannst das nicht schaffen. Es ist nicht machbar, wenn du einen Top-Job abliefern willst, also wirklich allererste Sahne und das kann der Kunde bei den Provisionssätzen, die als Immobilienmakler verdient werden können. Eine Million, 60.000 Euro Provision, also da erwarte ich als Kunde aber richtig was. Also wenn da sich für mich einer nicht den Hintern aufreißt, bei 60 Mille als Endergebnis, also dann gehe ich aber auch die Wände hoch, ja, als Kunde würde ich die Wand hochgehen. So, das heißt, wenn du wirklich einen geilen Job abliefern willst und aber auch dein Unternehmen am Laufen haben willst, also immer neue Aufträge permanent, ne, dann muss man so, das ist so ein Engpass-Denken, ne. Erst ist vorne immer die Akquise das Problem, Aufträge, dann verschiebt sich das, dann muss ich die Gespräche führen, verschiebt sich das wieder, weil dann habe ich ein paar Aufträge und dann muss ich das Zeug abarbeiten. Und da zerlegt es alle, Leon, genau an der Stelle zerlegt es alle, dann haben sie vier, fünf, sechs Sachen da liegen, kriegen das nicht mehr gebacken und fangen dann an, ja, zu tricksen, ne, Sachen wegzulassen, arbeiten, einfacher zu machen, ach schnell, husch, husch, husch. Qualität geht runter. Qualität, es kann nicht anders, weil es kann nicht anders. Das wäre bei mir auch nicht anders, ja, weil du musst ja irgendwas weglassen, du hast nur 24 Stunden am Tag, minus acht Stunden schlafen, ne, oder sieben Stunden, die, viele machen dann, schlafen nur sechs Stunden, was auf Dauer natürlich auch gesundheitlich nicht cool ist. Und da haut es dich voll aus den Socken. Hundert Prozent. Ja, das ist eigentlich das, und jetzt geht's los. Geld ausgeben, ich verdiene ja nicht genug Geld, ja, und jetzt hast du immer wieder so, war, rauf, runter. Wenn ich dir mal von einer Angst erzähle, die ich ganz oft in meinen Calls gehört habe, ein Grund, warum Immobilienmakler keine Mitarbeiter einstellen wollen oder Angst davor haben, Leute einzustellen, ist, ich bilde die ja dann aus und dann gehen die zu einem anderen Makler. Ja. Das ist ein Klassiker, den höre ich ganz oft, ja. Also ich bilde die aus, ich investiere Zeit in die, bis die dann auf Flughöhe sind und wirklich alleine arbeiten können und das auch gut machen und dann werden die abgeworben oder gehen aus eigener Zeit. Motivation woanders hin. Ja. Was ist dein Statement dazu? Auch hier wieder ein hausgemachtes Problem, weil der Makler stellt jemanden ein, was macht er zuallererst mal? Er füttert ihn an mit Provision. Das ist doch logisch. Also entschuldige mal, wenn ich irgendwo arbeiten würde und würde jetzt, was weiß ich, 30 Prozent Provision bekommen, ja, und sehe, der Makler ist nicht strukturiert, ja, das Unternehmen ist nicht strukturiert, der hat keine geilen Prozesse, ja, der weiß eigentlich gar nicht selber, was er wirklich tut, ja. Dann ist doch logisch, dass ich nach kürzester Zeit, wenn ich einigermaßen talentiert bin und ich komplett auf den Kopf gefallen bin, der sage, also was der Depp kann, das kann er ja auch alleine. Ja. Ja, so, das ist jetzt vielleicht ein bisschen krass formuliert. Ja, aber genau darum geht es ja in dem Podcast, ja, man muss die Sachen ja so ansprechen, wie sie sind. That's it, ja, so, das heißt, also, das ist doch total normal. Jetzt drehen wir den Spieß mal um, dann kommst du in ein Unternehmen rein. Das Unternehmen ist top organisiert, professionell systematisiert, liefert wie vom anderen Stern, Aufträge ohne Ende und ich sage jetzt zu dir, pass auf, Leon, du bist Quereinsteiger, jetzt zeige ich dir erstmal, wie Objektaufbereitung hier bei uns funktioniert. Eine Sache. Und wenn du das gut machst, dann machen wir dich zum Besichtigungsmanager. Wenn du das gut machst, dann bilden wir dich aus zum Closer. Das heißt, dass du die Objekte auch verkaufst, also auch closed und zum Notar gehst. Und wenn du das geschafft hast, dann bist du bei uns ausgebildeter Immobilienmakler für den Sales, für den Verkauf. That's it. Das ist deine Rolle, das ist deine Aufgabe, aber du kriegst ja gar nicht mit als Mitarbeiter. Du kriegst nicht mit, wie läuft die Akquise, wie kommen die Aufträge zustande, geschweige denn. Okay, also liegt hier ein Schlüssel des Erfolges im Splitten der Dinge. Ja, natürlich. Die Rollen werden ganz klar aufgeteilt. Nicht einer wird ausgebildet, alles zu machen, sondern Teilbereiche zu machen. Und das ist die Kunst eines professionellen Unternehmens. Oder hast du schon bei einem Apple-Shop einer gesehen, der da Verkäufer ist, der die Computer zusammenbaut? Natürlich nicht. Das ist Quatsch. Okay, jetzt ist ja genau das Gegenteil davon, beispielsweise mit Freelancern zu arbeiten. Weil wenn ich jetzt mit Freelancer arbeite, dann ist es ja der Klassiker, dass die alles machen. Die müssen ihre Objekte selber ranschaffen oder kriegen ab und zu auch Leads vom Unternehmen geliefert, müssen den Einkauf selber machen und müssen den Verkauf selber machen. Ja, das sind absolute, wirkliche Oldschool-Modelle aus den 70er und 80er und 90er Jahren. Aber machen viele. Ja klar, machen total viele. Ist ja auch logisch, weil sie ja gar kein eigenes System wirklich aufgebaut haben. Das heißt, es werden Systeme aus der alten Zeit sozusagen überführt und immer noch beibehalten. So ein Never-Change-Running-System so ungefähr. Klappt ja irgendwie. Aber das ist halt ein Modell, was eben nur über Masse funktioniert. Das ist so das typische Strucki-Vertriebsmodell. Das funktioniert halt nur über Masse. Ich als Unternehmen habe die Aufgabe, Kunden zu gewinnen. Kundengewinnung, also Marketing, Kunden zu gewinnen. Und ich sorge dafür, dass diese Pipeline, diese Sache, dass die rund läuft. Und dann hole ich mir Menschen, die die Arbeit an den unterschiedlichen Stellen, also unterschiedlichen Rollen erfüllen. Und dann kann ich sie auch genau dafür auch bezahlen. Mit einem Festgehalt und meinetwegen auch einer Erfolgsprovision, aber nicht mit 30 oder 40 Prozent. Dann kann die Person direkt einen eigenen Laden machen. Dann hole ich sie aber nicht zu mir als Mitarbeiter. Sondern ich kann und ich behaupte, wenn das System, nicht nur behauptet, sondern ich weiß, dass es so ist. Wenn ich ein cooles System habe, dann kann ich mir einen normalen Menschen, der Kommunikationsfähigkeiten hat, der normal talentiert ist, das muss kein Held sein. Kann ich mir holen und durch mein System bringen und ausbilden und dann hole ich mir Leute rein, die sind super dankbar, weil sie ein schönes Geld verdienen können. Der soll doch gerne 10.000 Euro im Monat verdienen, ist doch gar nicht die Frage. Aber nicht, und jetzt kommen wir zu einem ganz wesentlichen Punkt, nicht mit einem Umsatz im Monat 10.000 Euro als Makler verdienen. Welchen Grund sollte dieser Mensch haben? Ja, ist klar. Sag mir mal einen Grund, warum diese Person jetzt irgendwie noch sein Hintern bewegen sollte. Wenn er mit einem einzigen Verkauf, ich will doch nicht einfach, ich will 8, 9, 10, 12, 15 Beurkundungen haben, machen, zumindest mal als Firma, und dann pro Mitarbeiter eine Beurkundung in der Woche, so vier im Monat, das ist überhaupt gar kein Thema. Wir haben ja Kunden, die das machen bei uns. Das ist ja gar kein Thema, weil sie genau das umsetzen, was ich ihnen zeige. Und ich habe die Fehler, nochmal, ich habe diese Fehler auch damals gemacht, weil die Gedanken die falschen waren, bis ich dann irgendwann mal Schritt für Schritt dahinter gekommen bin. Plus kommt ja noch ein anderes Problem dazu, wenn ich nach so einem System arbeite, habe ich ja auch hinten raus, ich habe ja gar keine Kontrolle mehr über mein Geschäft. Weil wenn du jetzt einen Freelancer hast, der alles selber macht, du hast ja nicht die Kontrolle, macht der das auf deinem Qualitätsanspruch, macht der das so, wie du willst, oder denkt der sich da irgendwas aus, freestylt der da irgendwas hin, was dann hinten raus auch wieder deiner Brand schadet. Klar. Und am Ende des Tages trägst du ja als Selbstständiger, als Unternehmer auch die Verantwortung dafür, dass alles, was du tust, ja, positiven Einfluss auf deine Marke hat, auf deine Brand, die du versuchst zu bilden. Genau. Und wenn wir jetzt nochmal einmal zurückdrehen, das Hauptproblem ist, dass der Makler, der Einzelkämpfer den Zeitpunkt, ja, den Zeitpunkt verpasst, rechtzeitig eben mit dem ersten Mitarbeiter anzufangen. Ja, das heißt, er holt Objekte rein, hat dieses Problem Objektbeschaffung gelöst. Wie geil. Wie geil ist das denn, er hat das Problem gelöst. Das heißt, er hat ein, zwei, im besten Fall mindestens drei Ölquellen, um an Objekte zu kommen, das hat er in den Griff. So, und jetzt, was macht er? Jetzt ist er gierig, alles für mich, alles für mich, alles für mich, schaffe ich schon irgendwie, ja. So, dann machen sie natürlich Umsatz, ja, und dann haben sie Schiss, Geld auszugeben. Ja. Haben sie Angst, Geld zu investieren und es nicht ausgeben, es ist investieren in die eigene Firma, ja. Stattdessen machen sie dann irgendwelche Hobbys, ja, wie, keine Ahnung was, andere Nebenbusinesse noch, ja, die sie nochmal Zeit und Muße und Geld kosten und haben immer noch keine Mitarbeiter, also beschaffen sich noch mehr Arbeit, anstatt mal die Arbeit, die sie haben, zu verteilen und damit dann nach oben zu fahren, also noch mehr Umsätze zu machen. Also es ist schon ein bisschen weird, wenn man jetzt, wenn man mal wirklich so von außen da drauf guckt, ist es eigentlich schon echt weird, verpassen den Zeitpunkt und dann gibt es eine ganz einfache Treppe. Erste Treppe ist, mach Umsatz. Wenn du Umsatz gemacht hast, die ersten wirklich sicher, sicher bist im Umsatz machen, dann stell den ersten Mitarbeiter ein. Und dann musst du auch nicht direkt einen Makler einstellen, sondern stell eine Vertriebsassistenz ein, die dir die Objektaufbereitung macht. Stell dir jemanden ein, der dir bei den Besichtigungen hilft, ja. Und hör auf mit irgendwelchen Halbzeit- und 450-Euro-Kräften, sondern stell Vollzeitkräfte ein. Lieber einen, den bildest du gut aus, auf der einen Rolle. Das ist auch ein Klassiker, diese 450-Teilzeit. Okay, lass uns das Thema für diesen Teil abschließen. Ein Punkt ist ja jetzt trotzdem noch stehen geblieben, und zwar, dass viele Makler immer nach der Kopie von sich selber suchen, wenn sie einen Mitarbeiter einstellen wollen. Also sie probieren, den einen Mitarbeiter, diesen Held im Erdbeerfeld zu finden, die Kopie von sich selber. Die suche ich heute noch, die suche ich heute noch, die Kopie von mir selbst. Ja, das ist natürlich Quatsch. Ja, also es ist tatsächlich so, ich glaube, man kann das auch nicht ganz verhindern, weil du natürlich... Natürlich sucht man ja immer nach dem Besten, das ist ja auch klar. Du kennst das Geschäft, weißt du, du weißt halt, dann ist man ein Allrounder. Ja, aber die Absicht ist ja schon das Falsche. Also es ist ja legitim zu sagen, ich suche, will natürlich den Besten rauswählen, aber wenn du mit der Absicht reingehst, ich suche ausschließlich den, der die Kopie von mir ist, das ist halt der Fehler. Ja, absolut. Absolut, das ist wirklich, das ist ein Kardinalfehler kann man, das kann man wirklich so sagen, das ist ein echter Kardinalfehler. Und die Antwort darauf haben wir auch heute schon geliefert, weil eben durch dieses Splitten der Rollen, das ist ja, beantwortet ja schon die Frage, das heißt, du brauchst diese Kopie überhaupt nicht. Exakt, genau. Es ist wirklich das und am Anfang, das vielleicht noch als kleine Ergänzung, am Anfang, wenn du dir eine Vollzeitmitarbeiterin oder Mitarbeiter reinholst, der übernimmt natürlich mehrere Aufgaben, mehrere Rollen. Und je mehr du wächst, umso kleinteiliger wirst. Genau, umso klarer ist die Aufgabe zugeteilt. Also vielleicht dann eben nur noch Vertriebsassistenz, nur noch die Objektaufbereitung oder vielleicht dann nachher, wenn du richtig groß wirst, nur noch Exposé-Erstellung zum Beispiel. Und das kann man sehr, sehr smart machen und dann kann auch der einzelne Mitarbeiter sehr gut werden, darin sehr, sehr tief reingehen in die einzelnen Sachen. Ja, er kann diesen Job halt einfach zur Meisterschaft bringen, also der Beste in diese einzelnen Positionen werden, weil wenn die Aufgaben zu breit sind, dann ist das ja schwer, in einer Sache richtig gut zu werden. Und last but not least, auch da war ich häufig auf der Suche nach diesem Allrounder. Und ich höre das auch draußen immer wieder von dem einen oder anderen, der dann sagt, ja, du brauchst den Mitarbeiter, der breite Skills hat und tief reingehen kann, auch noch. Nochmal, es ist Quatsch. Es ist nicht umsonst, wenn man sich mal McDonald's anschaut. McDonald's ist ein super erfolgreiches Unternehmen. Wir müssen jetzt hier nicht über Ethik oder sonst irgendwas sprechen oder über die Qualität von McDonald's. Da würde ich nicht drüber eingehen. Aber der Punkt ist, das hat ja schon ein System, das hat ja schon einen Sinn. Ich sage jetzt mal übersetzt gesagt, der eine nimmt die Bestellung im MacDrive auf und der Nächste, der bezahlt, der macht dann vielleicht Bestellung und Bezahlung in einem noch und dann ist einer schon am Verpacken. Ja, das hat ja auch Sinn und der Nächste legt die Buletten auf, der andere macht den Salat, Drupp und keine Ahnung. Aber das hat ja einen Sinn, das ist ja eine Logik. Und das Geile und das wirklich Geile ist im Makler-Business, ist alles, alles vorhersehbar. Es ist alles vorher planbar. Wenn du mal unser Coaching-Business siehst oder unsere Beratungsleistung, die viel, viel, andere Facetten hat und wenn du den Makler-Bereich, da ist jeder Prozessschritt, natürlich auch durch unser geniales System mit allen Vorlagen, Checklisten, Anleitung, mit allem Pipapo, so vorhersehbar und erlernbar, dass ich das so schön untergliedern kann, besser kann es nicht sein. Ja, das Einzige natürlich, wo schon jemand mit breiten Fähigkeiten, aber trotzdem tief reingehenden Sinn machen kann, ist halt als Führungsposition. Da ist es dann doch schon nochmal ein bisschen mehr an Fähigkeiten als jetzt nur ein Split-Bereich. Absolut. Aber grundsätzlich hast du alles gesagt, was faktisch richtig ist. Aber schau, der Geschäftsführer jetzt, der für das operative Geschäft verantwortlich ist oder der Vertriebsleiter, wenn man natürlich irgendwie wirklich mal größer ist. Aber das steht ja auf einem anderen Blatt. Aber wenn ich doch sehe, dass ich die Prozesse schön kleinteilig gestalten kann, dann ist es ist doch auch für mich und auch für den Mitarbeiter viel, viel leichter, die Dinge zu machen. Und da die meisten, jetzt muss man ja eine Sache sagen auch lernen, die meisten haben ja auch einen langen Weg, also haben ja auch nicht einen langen, aber haben einen Weg vor sich, bis sie mal bei dieser extremen Kleinteiligkeit erstmal sind. Ja, logisch. Aber weißt du mal, wenn du das einmal systematisch, so wie wir es unseren Kunden erklären, sauber durchziehst, du verlierst die Angst, Mitarbeiter einzustellen? Und du musst es halt eben nur umsetzen. Und ich sage es auch hier wieder, Erfolg beginnt zwischen unseren beiden Ohren, auch beim Thema Mitarbeiter. Ich sage das, sie stehen sich am Ende alle selbst im Weg, anstatt einfach mal das zu machen und mal durchzuziehen und vor allen Dingen dann dafür zu sorgen, dass genug Geschäft reinkommt und zwar so viel Geschäft, dass sie gar nicht mehr atmen können am Ende des Tages, weil da haben sie auch genug Arbeit für Leute, die abarbeiten. Und das macht dann ein echt Heidenspaß, weil dann kommst du in die Situation, dass du wirklich mehr am Unternehmen als im Unternehmen arbeiten kannst. Und das ist halt schon sehr sexy und dann kannst du dann halt so Dinge machen wie einen coolen Podcast oder coole YouTube-Videos oder dich mit solchen Sachen beschäftigen, als als dann jeden Scheiß selber machen zu müssen. Alright, let's do the outro. Also in diesem Sinne, wenn euch dieses Video gefallen hat, dann auf jeden Fall abonniert hier und diesen Kanal. Es wird Zeit für ein Abo und vor allen Dingen schreibt Kommentare, viele Kommentare hier rein und folgt uns auf den sozialen Medien, TikTok, Instagram und Facebook, LinkedIn und wo auch immer noch. Und wenn ihr Hilfe braucht, wenn ihr Hilfe braucht beim Mitarbeiter, dann tragt euch ein. Wir schaffen das innerhalb eines Jahres, sofern ihr es mitmacht. Genau, das ist der Punkt, ja. Aber ich glaube, das muss man ja mittlerweile auch gar nicht mehr so oft sagen. Aber wir wollen hier auch noch eine Sache sagen, ja, könnte man auch mal mittwochs gucken, Maklerimpulse, ja, das wäre doch auch eine gute Variante. Das finden die Leute noch früh genug raus. Ah, okay, okay. Alles klar. In diesem Sinne, alles Gute, macht's gut da draußen. Ciao. Ciao. Ciao.